Ich erkläre heute, wie man die Radien von Sternen bestimmt. Das ist in meiner Ausgabe des Buches auf Seite 125. Ich habe die neue Ausgabe, vielleicht haben Sie eine andere. Wir haben die Sterne. Und bei den Sternen unterscheide ich die Leuchtkraft, die Temperatur und die absolute Helligkeit. Also die Leuchtkraft, die Temperatur, Temp und die Helligkeit. Das ist alles interessant. Bei der Leuchtkraft habe ich Watt, bei der Temperatur natürlich Kelvin und Helligkeit einfach nur die Größenklasse. Für dieses Sternradium brauche ich den Boltzmann. Der Boltzmann steht auf Seite 86. Also die Leistung ist Sigma At hoch 4. Da habe ich an der Stelle wieder, also das ist die Leistung in Watt. Das entspricht also bei dem Stern meiner Leuchtkraft in Watt. Das Sigma war eine Konstante. A war eine Fläche, also in Quadratmeter und hier die Temperatur in Kelvin. Diese Funktion brauche ich. Ich stelle mir die immer so vor wie die Kochplattenformel. Also ich habe eine Kochplatte, so. Und diese Kochplatte wird heiß. Und wenn die Kochplatte heiß wird, dann wird Wärmestrahlung abgegeben. Und die Leistung, also hier habe ich die Watt an Wärmestrahlung. Also alles, was ich an Leistung elektrisch reingebe, wird auch wieder als Wärmestrahlung abgegeben. So, weg damit. Gut. Und diese, ob ich jetzt eine Kochplatte habe oder einen großen Stern, ist egal. Das ist die gleiche Physik. Es heißt also, ich ersetze dieses Phi durch das L. L ist Sigma At hoch 4. Und im nächsten Schritt mache ich die relative Leistung. Also L durch L Sonne. Das nennt man dann immer L Stern. Und das ist jetzt natürlich Sigma, dann A von dem Stern, T von dem Stern hoch 4 durch Sigma, die Fläche, Oberfläche der Sonne, Temperatur von der Sonne hoch 4. Und die Oberfläche einer Kugel ist 4 Pi R Quadrat. Das kann ich einsetzen. Dann habe ich die relative Leistung ist hier. So, blau weg. Also Sigma, Sigma dann 4 Pi. Der Radius, ich mache ihn einfach groß. Quadrat mal T hoch 4 durch bei der Sonne. Pi R Sonne Quadrat T Sonne hoch 4. Und es kürzt sich natürlich jede Menge Zeugs weg. Und ich ersetze jetzt dieses R durch R Sonne wieder durch ein Sternchen. Weil es geht hier um das Relative. Also ich habe hier R Stern Quadrat mal T Stern hoch 4. Dann habe ich keine Einheiten mehr, sondern... Also wenn R Stern gleich 17 ist, dann hat der Stern einen 17 mal so großen Radius wie die Sonne. So funktioniert das. Und Thema des Ganzen war der Radius. Also nach dem löse ich auf. Und dann habe ich R Stern ist also die Wurzel aus L Stern. Und die Wurzel aus T hoch 4 ist dann also T hoch T Stern Quadrat. Diese Formel würde ich in der Prüfung angeben. Sie müssen sie nur anwenden. Und was Sie jetzt machen ist die... Also Seite... Hier sind wir. Also Seite 125. Die Musteraufgabe. Und die Aufgaben 3 und 4. Und bei den Aufgaben 3 und 4 brauchen Sie das Herzsprung-Rassel-Diagramm. Im Herzsprung-Rassel-Diagramm, da finden Sie ja genau das... Also das ist auf der Seite 124. Da haben Sie hier dieses... Die relative Leuchtkraft ist hier die Y-Achse. Hier können Sie L Stern ablesen. Hier haben Sie die absolute Helligkeit. Die Spektralklasse OB und so weiter ist hier. Und die Temperatur ist da unten. Also für die Formel brauchen Sie ja Temperatur und L Stern. Das haben Sie hier und hier.